Dieser Tag, an dem ich dabei war, das war einer von den beiden Massenkostümszenentagen. Das heißt, wir hatten 180 Personen, die auf 50er-Jahre getrimmt waren. Und es war ein originales, altes Stadion. Und 180 Personen saßen um mich herum, verteilt und saßen in diesen alten Kostümen da. Das war der Hammer. Und ich saß dort in der Sprecherkabine und habe dann vor stillem Publikum meinen Part abgeliefert.